Musik Musik Guayla ist eigentlich immer das Haupttanz, wo alle tanzen können. Musik ist eigentlich für das Tanzen gemacht. Musik ist einfach Guayla. Jeder braucht vom Heimatland etwas von der Kultur. Und das ist eigentlich meine Kultur. Und ich will einfach, dass meine Kultur auch hier hat. Ich denke, wenn es so meine Lieblingsmusik kommt oder mich genau in den Tanz bringt, dann ist für mich, wie soll ich sagen, ich trinke nicht Alkohol, aber ich mache die ganze Nacht ohne Pause, dann kann ich auch schon tanzen. Aber am Morgen sehe ich, wie ich so einen Alkohol getrunken habe. Musik 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 Denn diese Zwei haben die Zwei verletzten, die Zwei verletzten. Sie finden keinen Fall mehr von den Zwei. Sie werden die Zwei nicht mehr verletzten. Sie werden die Zwei nicht mehr verletzten. Das Zwei ist sehr verletzten. Das ist eine gute Sache. Ich habe die D&D auf die Seite mit meinen D&D. Ich bin in der Schweiz von Bawg-Stelle, in der Schweiz. Es gibt die Programme im Weekend, die sich mit meinen D&D. Die DG ist ein promoter. Die Europäische Union ist ein sehr wichtiges. Die Europäische Union ist ein sehr wichtiges. Die Europäische Union ist ein sehr wichtiges. und sie sind auf der Säbse und die Flügel im und der Säbse. Hier gibt es die 5 und 10 Jahre. Ich habe eine 60-jährige Säbse und 1. Ich habe ein paar Säbse und 1. Ich habe eine Zohrik, das ist die Säbse. Musik Ich sehe hier rundum viel mit Jugendlichen und Männern, die zehn Jahre hier sind und gar keinen Job haben. Aber ja, es kommt von den Sprachproblemen, es kommt von dem Interesse, ob sie interessieren, ob sie hier integrieren wollen. Sie sind den ganzen Tag vom Bett und am Abend wollen sie rausgehen und dann gehen sie den Ausgang. Tanzen, trinken, das ist eigentlich Alltag, sie erleben. Sonst können sie nicht etwas machen. Wenn du in unseren Ausgang gehst, dann gehört die Schlägerei immer dazu. und dann geht es um weiter. Und dann werden wir in vom Bett und am Abend eine Erklärung machen. Wenn ihr in den Ausgangeten kommt, dann kommt die Klischung noch ein宗 Eiwein. Aber ich bin einer der eigenen Zeit, die Stabilis, die die Natur aus der Stabilis und die Ereinheit. Und ich konnte nicht mehr den Kuchen er begren. Der war, dass wir die Konkurren so leben wollen. Ich bin sicher, dass die Kultur nicht mehr. Man muss sich die Kultur nicht mehr aufhören. Ich habe meine Beziehungen, dass die Kultur nicht mehr in die Natur ist. Aber es gibt so viele Jahre, wenn es sich um die Zukunft ist, die wir immer dort sehen und wie die Zukunft haben. Wir wollen uns vorstellen, dass wir eine kleine Frau sehen wollen, das die Frau sehen können, oder wir wollen uns herumschreiben. Aber wir wollen die Kultur nicht mehr so. Wir wollen die Frau nicht mehr so. Wir wollen die Frau nicht mehr so. Ich will die Frau nicht mehr so. Wir wollen die Frau nicht mehr so. Ja, sie lachen, ja, sie lachen.